Geh deinem Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Geh jetzt zu! Ich dachte, du boxe zum ersten Mal. Ich boxe auch zum ersten Mal. Dafür muss das Säckchen aber ganz schön einstecken. Tja, ich habe in meiner Kindheit nicht mit Puppenhäuschen gespielt. Ich war mit den Jungs unterwegs. Da wird man nicht zimperlich. Wo bist du denn aufgewachsen? Im Ruhrpott. Da wurde viel Steinkohle für die Industrie abgebaut, oder? Ja, dafür ist das Gebiet besonders bekannt. Während der Industrialisierung hat es angefangen. Und danach verwandelten sich die ganzen kleinen Städtchen nach und nach während des wirtschaftlichen Umschwungs in Großstädte. Mehr Kraftwerke, mehr Arbeiter. Ja, und je mehr Arbeiter, desto mehr Arbeiterjungs, die frech werden konnten. Wann bist du von dort weggezogen? Äh, als ich mit dem Studium angefangen habe. Das Ruhrgebiet hat seinen Charme, aber es sind alles Arbeiterstädte und die sind alle nicht besonders schön. Ja, im Krieg wurde viel bombardiert, oder? Ja, ich beklage mich auch nicht. Ich sage nur, dass es schönere Orte gibt. Wie spät haben wir es? Äh, keine Ahnung. Kannst du mir dein Auto leihen? Ja, klar. Ja? Ja. Äh, warte! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020